Hey ihr hurtigen Ninja-Hustler, willkommen zurück zu Nioh 2. Ja, es ist mal wieder ein bisschen länger her, ich weiß. Buh, wann kommt Nioh? Jetzt kommt Nioh. Weiter geht's mit Vogel im Käfig. Obwohl die Burg umstellt ist, geht Nagasama nicht auf Nobunagas Forderungen ein, Herenoichi freizulassen. Eine Erstürmung ist daher unsere einzige Option. Aber wenn ich mir vorstelle, dass sie sich inmitten dieses ganzen Chaos befindet... Hili, es liegt an uns, die Leben dort rauszuholen. Der Feind ist damit beschäftigt, Fürst Nobunagas Truppen abzuwehren. Nutzen wir diese Chance, um uns hineinzuschleichen und Herenoichi zu finden. Ich verlasse mich auf dich. Machen wir doch. Ja. So, ich habe natürlich wieder ein paar Nebenmissionen gemacht. Wie, ist ja schon klar. Die Burg Odani, Heimat des Daimyo des Asai-Clans, liegt an den steilen Hängen des Bergs Odani. Mehr müssen wir auch nicht wissen, glaube ich. Boah. Ja, neue Rüstung habe ich mal wieder an. Ich habe auch ein bisschen... Ja, hier das Tonfa, aber ich werde jetzt mal... Stattdessen werde ich mal die ausrottende Gläfe nutzen. Oder mache ich das statt der vergänglichen Klinge? Ja, komm, die ist... Oh, die ist richtig schwach. Stufe 45. Boah. Dann nehme ich lieber mal die Gläfe, weil da gibt es halt richtig geile Kombos. Das stimmt schon. So, ich habe mir den Eboshi-Helm gebastelt. Der hat Ki, Feindesgespür, Verteidigung, Nenjutsu-Kraft. Dann habe ich den Kyuras hier, das Set, aber ich habe leider nur einen Teil, deswegen... Naja. Umbegrenztes Nenjutsu, Nenjutsu-Kraft und Verteidigung habe ich da drauf gemacht. Dann habe ich die Shinobi-Armschienen. Nenjutsu-Kraft, umbegrenztes Nenjutsu, Verteidigung, Zähigkeit. Dann habe ich die Beine hier, die Shinobi, Hakama. Auch wieder Nenjutsu-Kraft, Zähigkeit, Verteidigung, Lebensschutz. Und auf den Beinen des Ronin, Nenjutsu-Kraft, Zähigkeit, Verteidigung. Also Zähigkeit, Verteidigung und Nenjutsu-Kraft ist eigentlich immer so das, was ich anstrebe und dann was halt noch so kommt. Hier auch wieder auf der Pfeife, Ki, Nenjutsu-Kraft und schnelle Erholung, Erschöpfung. War jetzt halt dabei. Und auch hier wieder bei dem Abakus, Animalladung, unversehrt, vergiftet. Plus Schaden am Gegner, ja. Sehr gut. Und Nenjutsu-Kraft, plus 20. Und ich habe mir noch was gebastelt. Das seht ihr jetzt, das habe ich auch schon mal gelockt. Hier die Onmyo-Jagd-Schuhe. Die haben Onmyo-Magiekraft und Laufgeschwindigkeit, Verteidigung, Blitzschutz und so weiter. Das ist jetzt weniger interessant. Aber Hauptsache wieder Onmyo-Kraft, weil ich will vielleicht irgendwann mal so eine Onmyo-Skillung ausprobieren. Hier habe ich noch gar nichts. Habe ich das? Oh, ich hoffe, ich habe es nicht zerstört. Dann habe ich hier noch die Onmyo-Jagd-Schienen. Onmyo-Magiekraft, Verteidigung, Zähigkeit. Hier haben wir noch das Onmyo-Jade-Gewand oder Jagd-Gewand. Magiekraft, Gesundheit. Das ist alles nicht so wichtig. Ich habe es mir einfach mal gebaut. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht, wie ich das mache. Ja. Aber wir testen mal ein bisschen die Gläfer wieder. Ah. Und erst mal ein bisschen beten. Pum, pum, reicht nicht für ein Level ab leider. Warte mal, ich habe auch wieder Punkte übrigens. Oh. Und zwar in Onmyo-Magie habe ich auch was. Dann nehmen wir doch mal. Ja, ich kann es halt leider immer noch nicht lernen. Popernen. Lebensegel-Talisman. Das ist... Ja, kann ich Leben regenerieren, wenn ich den schädige? Oh, Asin-Talisman. Blitzschutz. Warte mal. Haben wir doch irgendwas Gutes, was ich mir so leisten kann? Da, der Kekka-Italisman. Den nehme ich doch mal. Also den verbessere ich mal, meine ich. So, beim Ninja habe ich mittlerweile schon einiges hier freigeschaltet. Iga-Splitterbomben. Nee. Ich will halt mal die ganzen Passiven hier mitnehmen, natürlich. Wirksamere Kraftpillen. Ja, ich habe schon mal die Kraftpillen gebaut. Ölkäfer. Blendschalen. Erdfeuerfalle. Aha. Lähmungsschuriken. Vielleicht soll ich mir doch mal die Sturm-Schuriken hier machen. Oder die Sturm-Kunai. Die sind nämlich ganz schön stark. Ich habe mal gegen so ein paar Phantome gekämpft. Die haben wir da ganz schön mit eingeheizt. Lundenschussschaden um 5%. Oder die Anzahl an Pfeile wird erhöht. Ich glaube, mit bloßen Händen. Interessiert nicht. Das interessiert nicht. Magie-Attribut. Aha. Hm. Na gut. Oh. Erhöht für bestimmte Fähigkeiten die maximale Key-Menge, die durch den Key-Impuls regeneriert werden kann um 30%. Gut. So, bei den Tonfahrers. Ach komm, mit denen kämpfe ich jetzt nicht. Das mache ich dann irgendwann auf-cam, Leute. Ich würde euch das nicht langweilen die ganze Zeit mit Menüs, Menüs, Menüs. Es gibt hier eh viel zu viele Menüs, finde ich ja persönlich. Und Menüs, Menüs, Menüs über Menüs. Ach. Ich habe überhaupt keine Elixiere mehr, sehe ich auch gerade. Das ist auch ein bisschen kacke. So, gehe ich erst mal zum Bazar und hole mir mal vier Elixiere. Oh, ich habe nicht mehr sehr viel. Opfer darbringen. Hier kriegst du mal die. Ja, komm. Sieben Skalbs-Kläfe. Man muss halt immer Sachen opfern. Das habe ich ja schon mal erzählt. Und dann kriegt man hier Items aus dem Bazar. Ja. Achso, warte mal. Den Segen hole ich mir vielleicht auch noch. Habe ich denn? Orakel-Sägen, Amrita-Menge, Ausrüstungsbilanz, Seelenkernbilanz. Häufigkeit von gefundenen Elixieren. Häufigkeit von gefundenen Materialien. Ich nehme mal den Orakel-Sägen. 15% mehr Amrita ist das schon ganz geil. Oh nein. Ja. Ja. So, und hier nehme ich jetzt endlich mal neun Stärke. Ich weiß, es ist jetzt unsinnig für meine Skillung, aber eigentlich ist es total unsinnig, was ich hier generell mache mit dem Skill. Ich sollte mich mal festlegen, aber ich kann ja umskillen. Neun Stärke brauche ich nämlich noch für einen Ausrüstungsteil, glaube ich. Gibt es ja gar nicht weiter. Muss es ja hier weitergehen, folglich. Wie lange die Ziege uns schon begleitet, ohne wirklich mit uns verbunden zu sein. Guck mal, das ist wieder so eine fiese Falle hier. Ich dachte, ich bin doof. Hoppala. Komma. Hey. Aha, Zornfahr, ne? Ja, es hat auch ein bisschen rumfuchteln, sehr viel, aber was willst du machen? Mhm. Ich habe ja Feind gespürt, deswegen ist das gar nicht so wild. Hier kann eigentlich gar nicht so viel passieren, wenn man ein bisschen aufpasst. Steht da einer? Ne. Ich habe schon wieder so ein bisschen Knick in der Optik. Oh, doch, da steht wirklich einer. Hä? Ich kann nicht mal anvisieren. Oh, oh. Huh! Ach, das ist ja schön, da habt ihr eine fette Balliste da stehen. Oh, oh! Okay, der trifft mich doch hier. Oh, ich habe keinen Feuer-Debuff. Gut, aber trotzdem fies. Fiese Sache, du Arsch. Oh, die Spinn sind wieder da, guck mal. Ich brauche unbedingt mal ein paar Punkte für die Gläwe, weil da gibt es einen Skill, der ist wohl richtig, richtig gut. Oh, oh. Oh, hi. Ich springe einem so schön auf den Kopf und dann machen sie einem so richtig fiesen Schaden übrigens. Oh, ich brauche eine Menge Ausdauer gerade. Äh, und ich habe einen neuen Schutzgeist übrigens. Äh, wie geht das nochmal so? Also, nicht Schutzgeist, sondern ich habe einen neuen Seelenkern. Topsy. Da frage ich es gleich mal, das sieht ziemlich nett aus, das ist viel. Also, das war aus einer Lebenmission, das war einfach der Endpost aus der Lebenmission. Ziemlich langweilig. Also, so ein Typ mit so zwei Messern, so zwei Dolche. Aber die Animation, die man damit macht, sieht ja ganz nett aus. Mal gucken, ob ich das hier mal kurz demonstrieren kann. Ah, ich wollte nicht runterfallen. Das hier, ah. Ah, ein Fähigkeitspunkt für die Gläwe. Will ich da gleich mal ganz kurz... Wo ist er denn da? Nein. Da. Und zwar das hier. Wenn ich das halte... Warte mal. Das hier. Dieser Sprung, der soll halt richtig krass sein, habe ich schon gesehen. Oh, warte mal was. Da hat was gefehlt. Achso, ein Punkt natürlich. Ich dachte schon, da fehlt mir jetzt irgendwie noch... ...Leven-Schule. Anfänger. Ach, natürlich, bemerkst du mich genau dann. Oh. 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 Oh mein Gott. Nee, die Gläwe ist doch nicht wirklich so meine Waffe. Toll, jetzt habe ich erstmal den Typen auf dem Hals mit seinem blöden Geschütz. Oh cool. Noch einer. Sind wir hier ein bisschen ungestörter mein Süßer? Oh, ich bin den Finisher so cool. Bam, bam, bam. Oh, das ist wieder so ein blöder kleiner Hund hier. Wolltest du nicht fast runterrollen? Ja, okay. Zack, okay, der bringt leider gar nicht so viel. Haha, Horn ab. Boah. Du Schwein. Haha, ich kann nicht mehr spielen. Was trinkst du nicht? Ja Leute, ich muss mich erst wieder warm spielen. Das ist halt immer wieder Nioh, ne? Nioh, Nioh, Nioh. Kriege ich gerade überhaupt keine Lebensenergie oder bin ich einfach nur schlecht am Trinken oder Essen vom Elixier? Ich muss erst mal dieses dämliche Geschütz ausschalten. Das kekst mich schon die ganze Zeit so ein bisschen sehr. Ja. Ey. Der hat fast alle Elixiere verbraucht hier. Der Typ hat das bedient. Jetzt sehen wir nicht, dass du ein komischer... Naja, gut, vielleicht schon. Au. Aber die Typen vergiften wollen das auch sehr schlau. Komm, wir können uns auch darauf einigen, wenn du das einfach sein lässt, mit dem vergiften, dann... ... bin ich cool mit dir. Okay, dann hört's nicht. Deine Schuld. Deine eigene Schuld. Weißt du, genau wenn ich auf die Ziele sieht er mich auf einmal... ... fahr ich da irgendwo rein dann, ja. Okay, so können wir's auch machen. Mhm. Er hat wieder so ein Enki durch die Gegend. Was bist... Nee, du bist kein Enki. Was bist du? Bist du ne Ratte? Ach nein, warte mal, ich glaub die Viecher kenn ich. Oh, oh. Oh. Irgendwas fieses ist es. Au. Oh, ich hab kein Elixir mehr fällt mir grad allein. Und... Oh. Ach, deswegen, die haben... Der stinkt. Deswegen wollte ich mich nicht heilen, Freund. Oh, gut zu wissen. Ja, dieser Stinker, dann kotze ich das Elixir auch wieder aus und verliere sogar, glaub ich, noch ein bisschen Lebensenergie. War das nicht so? Boah, dieser ekelhafte... Schlammbecher. Ja genau, die Schlammbecher, die waren's. Da kann ich auch... Also diese Phantome kann ich anwerfen und dann... Na toll, jetzt kommt ja auch noch ein Gegner, ne. Kann ich da bitte schnell durch das Tor öffnen für nen Shortcut? Danke. Oh, Leute, man kommt aber so schnell raus bei Nioh. Ich find das so... Leider sehr ätzend. Das ist kein Dark Souls. Wo du einen Tag später nochmal probierst und bist dann eigentlich... Vielleicht sogar besser, weil du in der Situation besser meisterst. Nein, Nioh, bestraf dich, wenn du dich regelmäßig spielst und dich mit deinen Techniken hier und allem vertraut machst. Dann bist du ganz schnell unten durch beim Spiel. Uh, dann wirst du leiden. So, jetzt hab ich wieder nichts mehr an Opfern. Es ist halt leider auch ein sehr hoher Grind, find ich. Manchmal. Man muss halt immer so ein bisschen mitleveln und die Nebenmissionen machen. Sonst kriegt man echt auf die Mütze ohne Ende. Da kann man ne kleine Spidey hier, wir haben wir wieder. Ist da irgendwo ne Schwachstelle? Oder einfach dein ganzes Gesicht. Aha. Hoffentlich ist das Vieh jetzt nicht wieder da. Es ist wieder da. Es war echt gruselig, wie das da rumläuft, oder? Jetzt mal ganz kurz stehen bleiben, danke. Das ist alles einlebelt hier. Oh, das Vieh, weißt du, es sieht aus, als wäre es nur halb so wild, aber es ist echt fies. Ich fuß hier einfach mal rum die ganze Zeit. Aua. Ja, ja. Oh, nein. Oh, nein. Oh, warum... Warum bin ich hier an der Wand fest? Oh, Gott, Leute. Ich habe ehrlich gesagt schon darüber nachgedacht, das Projekt abzubrechen, weil mir macht es manchmal echt keinen Spaß mehr gerade. Ich habe so viel zu tun, so viel um die Ohren und bin eigentlich immer müde und dann... Oh, dann noch dieser, wie gesagt, diese super schnelle und diese super grindy und super frustrierend manchmal. Oder vielleicht mache ich es dann im Livestream oder ich weiß auch nicht, Leute. Müsst ihr mir sagen. Ja, ja. Ja, jetzt schläge ich wieder die ganze Zeit, ne? Ich weiß es mir. Ich verstehe jetzt. Meie Fresse. Das ist verfluchte Hörnchen oder was auch immer das ist, was da so rumflitzt. Das ist einfach nur nervig, das Ding. Okay, sorry. Ich hätte vielleicht ein bisschen leiser sein sollen, mein Freund. Soll ich jetzt nicht irgendwie, ne? Oh, du bist vergiftet. Sehr gut. Ist das ein schwächeres Gift? Kann das sein? Wow, ist gut. Das ist auch ganz cool. Na. Da wirst du sowieso draufgehen am Gift. Also mach nicht so einen Aufstand, danke. Jetzt nehme ich mir erstmal den Schlawiner hier oben. Der ist nämlich wieder da, warum auch immer. Weil der Hund ist auch wieder da. Oh, der hat aber ganz schön gesessen, der Schaden. Irr. Ir stupid. Irr. Irr. da kannst du schon mal nicht mehr auf mich schießen ich meine du schon du wirst doch gleich machen du arsch wenn du mich wieder siehst außer ich schieße dir vor den kopf runter ok da versteht mich nicht falsch es macht mir schon spaß es ist halt immer nur dass ich ich habe ja gesagt um vielleicht so ein bisschen nicht die spielzeit unnötig zu strecken weil ich empfinde das wirklich als solches als spielzeitstreckung will ich die nebenmissionen nicht ins let's play machen weil das sind halt immer wieder die dinge du musst das eigentlich schon machen um stark genug zu sein um die hauptmission zu schaffen das ist halt echt frustrierend mit der zeit weil ja es ist immer dasselbe ich stehe nicht so auf repetitives auf grinding oder farming ist halt manchmal spaßig manchmal einfach nur frust weil ihr wisst ja nicht wie die nebenmissionen gestrickt sind du kommst halt in ein kampfareal also wahrscheinlich wisst ihr es aus dem ersten du kommst in ein kampfareal und da besiegst du dann so fünf sechs gegner die nacheinander spawnen manchmal auch zu zweit oder zu dritt was ich ja generell so ein bisschen kacke finde weil so ein einfacher gegner kann ich auch schon mit zwei treffern töten habt ihr ja schon gesehen nochmal so und dann gehst du ein stück weiter dann kommt dasselbe nochmal da gehst du stück weiter dann kommt dasselbe nochmal und das alles nur um vielleicht ein zwei level maximal zu machen pro mission aber man muss es wie gesagt um erstmal auch die story ein bisschen voranzutreiben also jetzt in dem sinne dass du halt items kriegst die du vielleicht später brauchst glaube ich ja dann ist es halt wie gesagt es wird belohnt mit zwei drei blauen items im endeffekt habe ich dann in der mission immer diese roten geister weg um epische items zu bekommen und auch das ist manchmal lustig weil die halt echt auch auf nen jutsu zugetrimmt sind dann kriege ich zwei drei schurikens und bin tot also wirklich kein scherz ich bin nach zwei drei schurikens manchmal tot von denen und naja das ist halt das spiel was soll ich sagen dann habe ich doch lieber irgendwas was mich mit mit glück und freude erfüllt so wie final fantasy ehrlich gesagt was jetzt ja morgen kommt wer das sieht dann kann ich endlich weiter spielen ich habe natürlich schon privat weiter gespielt ein bisschen aber ja das ist halt das ding was mich an neo 2 so stört ehrlich gesagt mal wieder es ist fast noch schlimmer als der erste teil was den grind angeht du musst halt noch mehr farmen 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 und ja und dann wird man damit belohnt dass man von bossen auch mit zwei schlägen das leben beendet ausgehaucht bekommt ja ist halt leider aber der wohnt in den arsch schießen auch das explodiert ja wirklich ja ja war mir jetzt zum Glück hat er jetzt nicht zugeschlagen ihr wisst wie das ausgeht wenn er mich jetzt einmal getroffen hätte halbe lebensenergie weg liegt vielleicht auch meiner skillung zugegeben ja ich hätte ein bisschen mehr lebensenergie pumpen was sind bessere rüstung investieren können dann ist dieses lasche zoll ja genau diese lasche leichte rüstung komm mal da drauf komm auf das rote ding da ich glaube das noch hängen komm mal oh mach es wirklich mal wieder ah grim reaper is coming for you boah da kommst du ha 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 fang mich doch da habe ich jetzt getötet wäre ich wahrscheinlich auch wieder tot seht ihr das ist halt so exemplarisch für das was einem hier die meiste zeit blüht du wirst überrascht von zwei drei gegnern und die töten dich also jetzt in den nebenmissionen ist es wirklich schlimmer in den hauptmissionen hier geht es eigentlich noch hey ach cool madaka 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 oh sieh mal da eine leiter und ich wette da komme ich vorne an die andere leiter die ich runterlassen kann wie gesagt ich liebe backtracking oh ich bin ja ja also ich liebe es wenn ich eben so coole level habe die fancy aufgebaut sind wie hier also die level sind teilweise echt richtig gut nur ein bisschen sehr 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 verschachtelt und sehr unübersichtlich oh da ist doch kein short cut ist ja wirklich aber wie gesagt so zum let's playen ist es echt lustig weil der grind ist stark in ihm ach nicht schon wieder du kackvieh auch noch zwei wahrscheinlich nehme ich jetzt so ein bisschen rum nachher sind die diga jetzt ganz einfach aber auch lebe sehr schön wenn ich mal ein bisschen ruhe habe mache ich gleich mal den skill da den ich zeigen wollte das viel merkt halt gar nicht dass ich da bin ist mir recht so hier geht das nicht nur der abwehr habe ich doch aber man muss treffend okay der boom ist halt super stark der fahrer rumpfurt Au. Ja, da kann man dich mal heilen wegen diesem Rotz, den du einen abpupst die ganze Zeit. Nicht pupsen. Mann. Du bist widerlich. Duftholz, mh, sehr gut. Ja, das ist glaube ich, ja, das Gegenmittel gegen diese Anfurzung da. Richtig vergiften. Ja, cool, lauf weg. Ist gut. Au. Oh ja, ich kann es vergiften. Aber schwer. Boah. Hast du das gesehen? Wie es einfach mal auf... Macht. Einfach mal macht die ganze Zeit. Ist vergiftet? Ja, schön. Tja. Ja, das ist halt eigentlich nur so ein Trick-Move, den man mal eben machen kann. Aber ich glaube, immer lohnt sich der nicht wirklich, der... Diese Rolle hier. Oh, noch einer. Ja. Wie glaubt ihr das von Loch, ne? Oh, cool. Ja. Egel. Egel-Talisman. Gott. Na, versteht aber, ich meine. Ach ja. Ja, also wie gesagt, entweder das ist die eine Option. Vielleicht irgendwann abbrechen, weil ich keinen Bock mehr habe. Weil es halt echt wirklich Grind, 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 Grind ist. Oder aber, ihr kommt damit klar, dass nicht so viele Parts kommen. Weil ich höre halt immer wieder, oder lese immer wieder Kommentare, auch sehr fordernde. Wann kommt endlich? Wann geht es endlich weiter? Wo bleibt endlich? Oder wo bleibt? Und wenn ich das höre, dann habe ich schon weniger Lust. Weil das ist für mich alles immer so forciert. Dann heißt das immer so, mach jetzt, weil du musst. Nein, ich mache, weil ich möchte. Das ist ein Geben und Nehmen. Und wenn ich nicht möchte, dann kommt gar nichts mehr. Also, wie gesagt, Leute, ich weiß es nicht. Das soll sich jetzt nicht so anhören, so, äh, ich, Chef, du nix. Aber es ist halt mein Kanal. Und wenn ich keinen Bock drauf habe, dann habe ich vielleicht auch keinen Bock mehr drauf. Bei Nioh 1 fand ich halt auch schon echt unverschämt die, die DLCs. Die waren halt teilweise so frustig schwer. Ja gut, es ist halt keine Kugel gewesen. Deswegen wird es wohl auch nicht viel bringen, ne? Also nichts Explosives. Und dieses unnötig Schwere die ganze Zeit. Ach. Oh, das macht eine Menge Schaden, der Angriff von hinten. Ich weiß halt nicht, Leute. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu alt mittlerweile für sowas, um mir da den Stress zu geben. Ich habe keine Ahnung. Ah, ja, bist gut. Ah. Au. Ja, ja. Hey. Ja gut, seht ihr da? 1000 mit so einem halbherzigen Schwinger. Leute. Wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr gerade. Jetzt im Moment keinen Bock drauf. Vielleicht kommt bald was wieder, wenn ich... Vielleicht ist es Tagesform. Vielleicht habe ich auch noch heute nicht so Lust. Aber erst mal Nioh pausiert hiermit. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ist mir egal, was jetzt an Gemecker kommt oder nicht. Es ist halt so. Ich konzentriere mich da lieber wieder auf Horrorprojekte. Ich habe wieder Bock, Horror zu spielen. Und wegen sowas hier müll ich meinen Kanal wieder zu mit Videos. Wo ich eigentlich nicht so die Motivation drauf habe. Merkt man vielleicht. Am Anfang ja jetzt, aber es ist sehr, sehr stark zurückgegangen. Also Entschuldigung, wenn ihr euch da jetzt auf die Füße getreten fühlt. Aber naja, versetzt sich mal in meine Lage. Die stundenlang spielen Offcam, ohne dass man was aufnehmen kann wegen dem Mission. Ich hoffe, ich habe es jetzt ausreichend dargelegt. Wenn ich das nochmal lese, dann kriege ich einen Anfall. Wann kommt endlich? Wo bleibt? Ja? Danke fürs Zusehen. Tschüss.